Hallo, mein Name ist Martin Holzner und ich bin beim Bayerischen Jugendring Referent für Jugendringe und ehrenamtliches Engagement. Der Bayerische Jugendring ist die Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände in Bayern mit weit über 100.000 Jugendleiterinnen und Jugendleitern, die alle ehrenamtlich aktiv sind. Deshalb ist es für uns wichtig, bei dieser Podiumsdiskussion Chancen und Hürden des Ehrenamts in turbulenten Zeiten mit dabei zu sein, denn hier geht es um die Rahmenbedingungen für Jugendarbeit in der Zukunft. Wir wollen mitdiskutieren.